Jugend trainiert für Olympia Badminton. Auch hier natürlich wieder ein kunterbunter Mix aus ganz Deutschland. Von der Bertö Brechtschule in Nürnberg. Ja, wir sind aus Niedersachsen, von der Karl-Friedrich-Gau-Schule. Also wir kommen aus Bremen von der Freien Evangelischen Bekenntnisschule. Und sie sind alle hier klar zum Spaß, aber auch für den Wettkampf. Ich denke, das ist eine wunderbare Veranstaltung. Wir hatten hier schon viele Spieler, die auch später in Nationalmannschaften gespielt haben. Teilweise auch an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Also ich finde es eine richtig coole Idee, auch überhaupt, dass sie auch mal Schulen vergleichen, weil das ist jetzt ja auch nicht so oft. Und man kann auch andere Leute kennenlernen und eben, dass es auch verschiedene Sportarten sind. Und da kommt man auch irgendwie so in dieses Feeling, wie es wirklich bei einer Olympia vielleicht laufen kann. Badminton, oft als Federball eher belächelt, ist Highspeed-Sport vom Allerfeinsten. Und das Niveau bei Jugend trainiert, kann sich mehr als sehen lassen. Aber was macht es für ihn wirklich aus? Die Geschwindigkeit und das Reaktionsvermögen. Es macht mir einfach Spaß. Ich spiele jetzt schon seit ein paar Jahren und einfach, dass man auch Training in der Schule Zeit hat, ist halt super. Und wenn es aufs Feld geht, genieße ich das. Und wie läuft es bis jetzt? Bis jetzt ganz gut. Das letzte Spiel haben wir gut gewonnen. Ja, wird sich zeigen. Also wir waren jetzt schon ein paar Jahre hier in Berlin. Das war immer okay. Und dieses Jahr haben wir ein bisschen Glück mit der Auslösung gehabt. Das werden wir sehen. Ich bin WK3. Da sind wir auch an Eins gesetzt. Und das erste Spiel auch 7-0 gewonnen. Also es sieht gut aus. Und die Top-Favoriten der letzten Jahre aus Hamburg und Bayern sind wieder voll auf dem Vormarsch. Auf dem Weg ins Final.